Wer von uns wird dieses Rennen gewinnen und den geheimen Einkaufswagen freischalten? Am Ende des Videos werde ich sogar über 4000 kmh fahren. Schaut bis zum Ende, um zu erfahren, wie... 3, 2, 1 und go, Caspar, yo! Oh mein Gott, yo! Wo bist du gerade, ne? Wo sind wir heute? Das ist anscheinend das schnellste Rennen oder sowas und wir müssen probieren, das Ding zu überleben. Oh mein Gott, wie viele hier noch am Leben sind, ne? Ja, ich weiß. Wir müssen Plätze machen, wir müssen Plätze machen. Und du musst aufpassen, da sind auch die ganze Zeit Bäume und sowas. Das Ding ist du kannst ja doch... Oh mein Gott, da ist doch einer draufgegangen, yo! Was passiert hier bitte schön? Oh mein Gott, die lösen sich direkt in... Ich hab dich überholt! Wie ist das dich überholt? Gar nicht! Hä, du hast dich gecrasht? Oh mein Gott, pass auf, ganz viele Laser! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los? Ich flieg hier oben. Ich flieg hier. Ich bin am schweben, du auch. Ich bin auch am schweben. Warum bist du denn schneller als ich? Nicht drauf gehen, ja, weil ich nicht so viel Wiege wie du! Alter, das... Oh mein Gott. Ich hab Angst, dass ich diese Laser berühre, ne? Alter, das ist ja mega, mega schwer hier, sag mal. Das ist echt voll schwer. Okay, pass auf, Alter. Ich glaub, ich schlag mich hier ganz gut an der Seite. Ich schlag mich ein. Oh, das Ding ist, warum bist du so schneller als ich? Ja, du bist ja da ganz hinten. Ha, du Lame. Wow. Oh mein Gott. Du Lame, Schnecke. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, oh Gott, das ist das Ende. Komm schon, die letzten zwei Balken hier. Oh mein Gott, ah, das Balkending jetzt. Ich muss dich einholen irgendwie. Es geht weiter hier vorne, ja. Oh mein Gott, du musst genau in die Mitte rein. Du musst genau rauf, glaub ich. Oh mein Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh mein Gott. Ich schwebe. Ja. Oh mein Gott, okay. Weiter geht die Reise, dahin bist du. Ja, ich hol dich ein jetzt. Die letzten wieder hier. Ey, es leben nur noch sechs Jahre. Ich bin Platz zwei. Ey, welcher Platz? Was? Hä, ich bin Platz sechs, glaub ich, oder so. Ich bin Platz drei. Oh mein Gott, das ist halt einer so vor uns, ne? Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, das Ding ist, ich will einschneid auch unser Auto gleich noch upgraden. Alter, ja, mal so krass. Hey, wir kriegen doch das krasseste Auto im Spiel. Ich weiß, wir werden auf jeden Fall echt das krasse Auto machen. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Schön ausweichen hier, sag mal. Oh mein Gott. Pass los auf da. Mann, war ein bisschen schneller als ich. Oh mein Gott. Ja, Alter, vorne. Was? Ich bin auf der Seite. Ich seh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich seh. Was ist denn jetzt los? Grün. Oh mein Gott. Ey, ich seh da vorne schon den ersten Platz, den müssen wir kriegen. Ich weiß. Ich muss mich reinlegen. Warum bist du schneller als ich? Ja, weil ich, ja, weil ich, wie viel Kamera hast du gerade? Du siehst ja unten, legst die Kamera ab. Äh, 300. Ich glaub 300 ist Maximum, ne? Ich bin 301. Nein! Ich hab mich aufgefahren. Ich hab mich aufgefahren. Ich hab mich aufgefahren. Ey, du musst jetzt auch drauf gehen. Ey, warte, guck mal. Ich hol mir grad. Oh nein! Oh mein Gott, nein! Oh! Weihnachtsmänner! Weihnachtsmänner! Alter, die crashen mich. Ey, was? Pass auf da! Ah, was machst du? Ich bin gegen Waube gefahren. Nein! Was? Nein! Oh mein Gott. Ey, ohne Spaß. Wir haben jetzt aber Münzen gesammelt. Und mit diesen Münzen können wir uns unsere Autos upgraden. 3, 2, 1 und go! 1 und der Flug! Das Ding ist, pass auf. Ich hab mir so ein Turbo hintendran gemacht, ne? Was? Ein Turbo? Hab ich mir grad für 30 Münzen gekauft. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Was? Doch, das ist voll heftig. Ohne Spaß. Ich sag dir, du willst aber wegen diesem Turbo drauf gehen. Locker nicht. Das Ding ist irgendwo... Oh mein Gott. Ich bin grad schon mal 5. Welcher Platz bist du? Hey! Oh mein Gott! Ich wurde der Fall verlangsamt. Wie, du bist... Ich seh nicht... Nooo! Nein! Oh mein Gott! Siehst du das? Ich hab grad 430 Münzen. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Du ziehst du von an mir vorbei! Oh mein Gott! Du bist voll schnell! Oh mein Gott! Ich bin übertrieben, 5 Münzen und 5 Münzen. Oh mein Gott! Was? Ich bin grad so schnell, ne? Ich bin grad so schnell. Oh mein Gott! Hey, ohne Spaß! Alter, ich bin zu schnell! Ich hab 6 in der Kamera! 6 Uhr doppelt so schnell wie ich! Ohohohoho! Ey Gott! Die Bäume! Die Bäume! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ich fisch dir die Schneemänner vor mir! Ey, ich sag dir, das war grad so knapp, ne? Ich war grad so schnell. Jetzt werd ich grad so mit langsamer, ne? Aber das war grad richtig schwer zu lenken und sowas, ne? Oh mein Gott! Ich muss hier auswachen. In welcher Platz bist du gerade? Äh, ich bin Platz 1! Ich bin Platz 7! Okay, dann müssen wir ein paar Plätze aufbauen, ne? Das Ding ist, wir müssen viele Münzen ansammeln, weil wenn wir 300 Münzen haben, Kasper, ich hab jetzt grad 50, dann kriegen wir nämlich diesen Einkaufswagen. Ah, so ein Trolli, okay, geil! Genau, jetzt hier schön... Nein! Ich bin explodiert! Was? Was? Da kam ne Kugel von rechts auf ein Haus. Oh mein Gott, die sind zu fliegen! Bäume! Ey, ich bin auch explodiert! Nein! Aber egal, jetzt haben wir Zeit abzugraben, ne? Ey, was? Ja, okay, wir können jetzt, genau, wir können jetzt hier anscheinend bei unserem Markt, können wir jetzt hier vorne, könntest du auf Maler gehen und dann können wir... Oh, ich kann hier? Ja. Guck mal, ich kann die Farbe, ich kann da ne Farbe auswählen. Stimmt, ich kann auch ne Farbe auswählen. Ey, das war voll cool! Und ich kann auch ne Farbe auswählen. Ich glaube, ich mach mein Ding, äh, schwarz oder so, oder weiß? Und ich nehm dann so Folie, glaube ich, Material. Und jetzt kann ich... Oh mein Gott! Stimmt! Äh, meint ihr, das sieht voll krass aus, wie so ein Eiswagen oder sowas, ne? Ja, bei mir auch, bei mir auch! Okay, warte, dann mach ich jetzt mein Auto erstmal ganz kurz zum richtig krassen Eiswagen. Okay, du musst gar nicht klicken, du kannst gedrückt halten. Tja, wenn das mal nicht ne krasse Farbe ist! Digga! Und sogar meine... Alter, meine Reifen sind iced out. Alles klar! Ich hab mein Auto fertig gemacht und jetzt kann man das Ding einfach aufs Spahn machen. Und, äh, abschließen. Okay, das Ding ist, du musst dir unbedingt, ne? Die Rakete gleich mal kaufen. Die ist echt richtig krass. Alles klar, Kaspar! Drei, zwei, eins, abfahren! Yo! Ohne Spaß! Oh mein Gott, siehst du meine Karte? Oh, siehst du meine Karte? Die ist einfach durchsichtig. Ich seh' dich auf Platz 1! Ich seh' dich gar nicht! Ich bin Platz 1! Ich seh' dich gar nicht! Bei mir steht Hashtag 1 unten! Oh mein Gott! Was? Jetzt wurde ich voll überholt! Ich bin Platz 14! Jetzt bin ich auch Platz 14! Alter, eigentlich hat sich grad explodiert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir hätten die Rampen nehmen sollen! Das gab voll den Boost! Ach, lol! Was? Okay, aber kein Problem jetzt hier! Oh mein Gott! Ich bin Platz 7! Oh! Pass bloß auf die Weihnachtsleiner auf, ne? Ja, ja! Und auf dich nehmen, die laufen hier rum! Und sammeln richtig so die Münzen ein! Jo, die Münzen! Jo! Ich sammeln richtig viele Münzen grad ein! Oh mein Gott! Sehr gut! Hau ab hier! Ich überhole den Typen hier! Und den auch! Und den auch! Wir sind grad auf! Was sind die so langsam, Leute? Ich weiß, die sind alle richtig langsam! Geht's hier schön, die Münzen einsammeln! Oh mein Gott! Ich bin Platz 7 jetzt schon! Oh mein Gott! Ich bin Platz 5! Yeah! Oh mein Gott! Wie sprichst du so ne Klippe! Oh Gott! Ich seh die Rappe! Wow! Ich weiß! Voll heftig! Rüber hier! Let's go! Schön, dass hier noch einsammeln! Ja! Münzen einsammeln! Oh mein Gott! Du wirst mich schon auch holen! Du wirst mich nicht holen, Alter! Du wirst mich niemals holen! Ich seh den Schein! Ich hab jetzt so viele Münzen eingesammelt! Ich krieg locker leichtes Trolly-Ding, ne? Den Einkaufswagen! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! So! Nochmal Münzen! Ey das ist irgend so ein Portal! Ich weiß nicht ob ich hier reinfahren will! Ich glaub lieber nicht! Ich glaub ich fahr da lieber nicht! Oh mein Gott! Das war so ein Iglu! Doch kein Portal! Oh mein Gott! Stimmt ich wär da fast rein! Ich wär auch fast rein! Oh mein Gott! Ich hab den Stillmann gecrasht! Oh Gott! Oh mein Gott! Ganz viele Münzen! Oh jetzt ist grad freie Fläche! Freie Fläche grade! Oh oh oh! Hier liegen Teile rum! Oh Gott, das war knapp! Oh passt auf jetzt in so einer Steinwelt! Oh nein! Oh nein! Das war wo ich eben gestorben bin bei der Kugel! Oh verdammt! Passt mit der Kugel auf! Passt mit der Kugel auf Kaspar! Joppi aie! Bam! Joppi aie! Oh mein Gott! Das war verrückt! Oh Gott hier sind voll die Löcher auf dem Boden! Ich weiß! Die sind überall auf dem Boden! Oh! Oh mein Gott! Nein, 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 oh mein Gott, es sind zwei gestorben gerade neben mir. Was? Ich bin Platz drei jetzt. Ich bin Platz vier, ich seh dich da hinten. Ich fliege. Oh mein Gott, ich fliege. Ich fliege auch. Pass auf, die Wolken auf. Ich glaub, du kannst in die Wolken reincraschen. Okay, wo ist der Typ vor mir? Ey, was wackelt denn mein Kart so? Ja, mein Kart ist da auch gerade richtig übertrieben gewackelt. Alter, das sind gerade zwei Stück genau vor mir gestorben. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, der ist vor mir gerade. Der hat irgendwelche Sachen hinten dran. Ich überhole ihn gerade. Stell dir vor, jetzt ein Boost wäre krass. Ich hab ihn, glaube ich, überholt gerade. Oh mein Gott, ich seh hier Platz zwei, der ist voll langsam, der Typ, voll die lange Schlecke. Oh mein Gott, okay. So, Münzen wieder eingesammelt. Die Kugeln sind... Oh, hier sind viele Kugeln. Oh, es geht weiter. Ja. Pass auf, hier sind sehr, sehr viele Kugeln, Kaspar. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich seh es vor mir. Wow. Ganz knapp gewesen gerade. Ich liege auf der Seite. Ich seh dich. Ich seh dich. Nimm die Rampen mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du crashst doch gleich. Ne, 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 ich bin nicht gecrashed gerade. Ich hab aber die Rampen auch nicht mitgenommen. Okay, okay, ich auch nicht. Okay, du musst jetzt echt richtig vorsichtig sein. Jetzt kommen die Löcher, jetzt kommen die Löcher. Ey, wir sind schon bei... Pass auf die Kugeln auf. 50.000. Ich bin doch schon, ich bin schon beim Eis, bin ich gerade. Wow, ich auch, okay. Okay, jetzt komm schon nach rechts jetzt hier. Das ist echt mein Level. So, ich brauch mein Münzen. Weil wenn ich jetzt, ich hab jetzt fast genug Münzen, um mir den Einkaufswagen zu holen. Was? Du hast schon genug Münzen? Ja, ich hab jetzt grad plus 270 steht da gerade. Was? Ich hab grad mal plus 15. Ja, alter, du sammelt ja gar keine Münzen ein. Echt? Versuch hier, aber du sammelst mir die alle weg die ganze Zeit. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin grad fast gecrashed durch diesen Schneemann oder so. Okay, jetzt hier vorsichtig. Oh mein Gott. Soll ich mir alle Münzen wegmachen? Ich bin genau hinter dir. Oh mein Gott, so viele Stellenbälle. Oh nein. Das war ganz so knapp. Oh, wie viele kommen hier noch? Wie viele kommen hier noch? Das war so knapp. Das war auch bei mir so knapp, ne? Ich wär fast drauf gegangen. So, jetzt hier schön durch die Bäume. Hier die Münzen. Alter, was ist knapp. Alter, und die Bäume werden immer enger. Alter, das ist so knapp gerade. Ich weiß, die werden immer enger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viele, so viele Wallen. Ich seh den, oh mein Gott. Schön chillen hier, schön chillen hier. So, aber ich raus raus. Wo ist denn der Platz 1 hin, Alter? Ist irgendwie mit Rakete weggeboostet. Ja, Mann, wie weit vorne ist der bitte? Das ist Platz 3, ne? Ich bin genau hinter dir. Nein! Bist du drauf gegangen? Ich bin drauf gegangen. Oh mein Gott. Bei den Legosteinen. Nein, die Legosteine. Ach, verdammt, Alter. Jetzt bin ich auch drauf gegangen. Aber trotzdem gute Runde. Ey, ohne Spaß. Die Runde war echt gut. Aber ich hab jetzt 470 Münzen. Was? Ich hab gerade mal 230. Ich hab mir die Rakete gekauft. Oh mein Gott. Ich kauf mir jetzt auch mal die Rakete. Guck mal, das Ding ist... Ich kauf mir auch noch... Die Rakete. Lol, da. Oh mein Gott, du bist richtig schön. Digga, ich... Oha, Alter. Ey, neben mir ist ein leerer Wagen. Wie ein leerer Wagen. Oh nein, die hab ich voll gecrasht jetzt. Ich hab langsam. Oh, warte, ich muss jetzt hier schnell die Rampe mitnehmen. Ich auch, ich auch. Und da... Ey, ich bin der Letzte. Ich bin, glaub ich, der Letzte oder so. Wie, du bist der Letzte. Und noch mal eine Rampe. Ey, ich bin so weit hinten. Mein Gott, nein. Okay, ich muss gleich diese Rakete einsetzen. Wenn sich das quasi ganz gut ergibt. Wenn man halt nicht so viele Sachen vor sich hat. Ich sag dir, die Rakete... Oh mein Gott, soll ich hier die Rampe nehmen? Ja, komm, egal. Ich mach einen Backknüpp. Ich bin über alle Ballen überflogen. Alter, jemand ist direkt neben mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist halt auf. Alter. Oh mein Gott, das war gerade so knapp, was ich gerade gemacht hab. Ich weiß. Du musst echt aufpassen, ne? Mit diesen komischen Teilen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach doch auf. Nein. Als ob du gecrasht bist. Ich bin gecrasht. Nicht dein Ernst. Der Boost aktiviert. Hier. Guck dir meine Kamen an. Die gehen immer höher. Alter, wie ich da bist du? Die gehen... Vollgas. Ey, du kannst dich gar nicht mehr steuern. Ey, ich kann gar nicht mehr steuern. Ey. Na, pass auf. Ich kann kaum lenken. Ich kann kaum lenken. Na. Oh mein Gott. Dann, ey. Was? Oh, ich hab mir schon wieder Rakete gekauft. Ich auf. Und es geht los in 3, 2, 1. Und ab. Okay, ich muss jetzt direkt die Rampen, glaub ich, mitnehmen. Ich glaub, die Rampen mitzunehmen. Ey, die hängen mich immer... Die lassen mich immer das aufhängen. Ey, der eine hat direkt schon den Boost aktiviert. Der Idiot. Oh mein Gott. Der wird doch so safe drauf gehen gleich. Hä? Die Rampe hat kaum was gebracht bei mir gerade. Ich seh dich da vorne im Einkaufswagen. Der sieht echt ganz schön krass aus. Hä? Warum sind die alle so schnell? Ich fahr nur 200 kmh. Alter, ich überhole dich, du lahme Krücke. Warum bin ich denn so langsam? Hau mal ab da. Hä? Hä? Du hast mich schon überholt? Oh ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Links hab ich dich gerade überholt. Als ob. Oh mein Gott. Wow. Wow. Ich hab grad vorhin den Stunt gemacht. Die Rampe. Oh mein Gott. Ich seh dich da links. Ich seh dich da links. Guck mal rechts von dir. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Was machst du? Was? Okay. Okay, und jetzt? Wie aktivier ich den Boost? Jetzt Booster. Doppel W. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh voll nach unten. Oh mein Gott. Du auch? Ich fall voll nach unten, glaub ich. Voll der Power jetzt. Warum fall ich denn? Hä? Ich fall von der Map? Hä? Hä? Ich fall nach unten. Nein, was ich denn? Ich hab 1700 kmh. Wo fall ich denn jetzt grad hin? Wieso fällst du denn nach unten? Sag mal. Oh mein Gott. Ich geh auf den Geheimweg. Ich bin auf Platz 1. Was? Ich bin auf Platz 1. Was? Ich bin gestorben. Sif? Ich bin gestorben. Oh nein, das glaub ich nicht. Mann ey. Nein, Mann. Das ist was für die Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Like. und Abo da. Check unbedingt die beiden Videos aus, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.